Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, mein Name ist Sirius und wir befinden uns aktuell in Sequenz 2 vom niegelnagelneuen Assassin's Creed Syndicate, gespielt auf der Playstation 4. So, dann wollen wir mal schauen, wo uns das Spiel jetzt wieder rauswirft. Wir spielen aktuell auf jeden Fall Evie Frye, den weiblichen Part der beiden Frye-Zwillinge, die als Assassine in London unterwegs sind, um den Templern vermutlich das Fürchten zu lehren. Ah, aufrichtigen Dank. Ich wollte mich gerade selbst befreien, als, wer hätte es gedacht, Sie mich retteten. Wo ist das geheime Labor? Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meinen, der Lauser. Danke. Und das Losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Der ist jetzt wirklich verschwunden? Okay, da sind wir. Den Schlüssel auf Spüren. Gegner mit hängenden Fässer töten ist unser aktuelles Lebensmissionsziel. Da habe ich ja im letzten Video noch ganz kurz gezeigt. Wie ich einen getötet habe auf diese Art und Weise. Und dann habe ich eigentlich das Spiel beendet. Aber der Speicherpunkt wollte anscheinend sofort mit dieser Szene weitermachen. Sei es drum. Wir spielen im Moment ein einfacher Plan. Dann wollen wir mal schauen, ob das auch wirklich so einfach ist. Wir setzen uns die Kapuze auf und dann geht's los. 107 Meter. Vielleicht haben wir in der Zwischenzeit die Möglichkeit, ja, nochmal so einen Move mit den Fässern zu machen. Kann man Türen öffnen? Das weiß ich aktuell auch noch nicht. Ne, sieht nicht so aus. Nö. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier so eine Schiebetür aufmachen kann. Es liegt anscheinend weiter oben, das Ziel. Wollen wir uns den Typ holen? Das könnten wir machen, oder? Ich bin ja immer generell dafür zu haben, Gegner zu töten, anstatt sie überleben zu lassen. Sie hat hier nichts zu suchen! Sie verschwindet! Was denn? Fall um! Okay, konnte man das Messer nicht sogar aufheben? Ne, anscheinend nicht. So, wir haben auf jeden Fall neue Wurfmesser aufgenommen. Also nicht, dass man denkt, diese Kämpfe werden immer so überflüssig, denn im Grunde genommen, dadurch, dass wir die Leute mal plündern, können wir ja schöne Sachen erwischen. Hängt hier ein Fass dran? Nein. Wo hängen denn überhaupt Fässer, dass sich noch jemand mit einem Fass töten könnte? Kommt vielleicht noch. Vielleicht haben wir noch lange Zeit in dieser Sequenz. Da gibt's einen Eingang und es gibt anscheinend auf dem Dach einen Eingang. Ich würde sagen, Assassinen-like, ähm, benutzen wir den Eingang auf dem Dach. Okay, warum soll ich diese Sicht benutzen? Ihr könnt mir gerne mal, wenn ihr Bock drauf habt, entweder gerne einen Daumen nach oben da lassen, das versteht sich vermutlich von selber, aber auch mal so ein bisschen Feedback zum aktuellen Assassin's Creed Syndicate schreiben. Falls das jetzt der dritte Part ist, den ihr auch in Folge seht, einfach mal ein bisschen, was ihr davon haltet, wie das Spiel bisher abläuft. Da war einer. Habt ihr vielleicht auch noch gesehen? Eine Truhe haben wir gefunden, die können wir mal ganz kurz öffnen. Wurfmesser und Raufbomben. Ziele identifizieren. Mit dem Adlerauge identifizieren sie Ziele. Stehlen und Töten ist angesagt, würde ich sagen. Aber wenn ich jetzt von oben runterspringe, dann hab ich vermutlich die Kavallerie hier am Hals, oder? Den werde ich auf jeden Fall töten. Also, plündern. Nicht vergessen. Ich könnte mich heimlich in die Passage schleichen. Bin ich wirklich so lautlos? Ich schwöre, ich hab die ganze Zeit Stehen gedrückt und es hat nicht geklappt. Ja! Hab ihn. Mann, 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 ich hab Stehlen gedrückt. Warum hat das nicht geklappt? War ich nicht nah genug dran? Obwohl das ja schon angezeigt wurde. Eindringling! Da ist sie! Zeig dir, was du hast! Finish him. Also im Moment sind die Kämpfe noch relativ leicht, merkt ihr vielleicht. Also normalerweise... Ich will nicht sagen, es ist reines Button-Gesmasher. Aber bis auf Ausweichen, Konterbrechen, macht man ja quasi doch ständig nur den gleichen Move. Ja, wir können zum Beispiel auch niederschlagen, also wenn wir jemanden nicht töten wollen. Dann können wir den immer noch plündern, ob uns das dann mehr Punkte bringt oder nicht, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, aktuell macht das irgendwie keinen Unterschied, ob wir die Kollegen töten oder eben nicht. So, irgendwo, seht ihr Fässer? Ah ja, guck mal da. Oh, da steht keiner drunter. Ist ja unpraktisch. Oh, scheiße. Hm. Toll. Wie ne super Ecke manövriert hier. Welche Taste war das noch? Ach, verdammt nochmal, ey. So, ich fliehe. Genau, das wollte ich gerade von Anfang an machen. Na ja, sie ist verschwunden, meine Freunde. Werde ich immer noch gesehen? Anscheinend schon, oder? Ah, verdammt. Das gibt's ja nicht, ey. Die sind aber echt aufmerksam, oder? Jetzt kommt Scheiß drauf, sich's abgehauen. Okay. Dann können wir jetzt aber vielleicht doch nochmal den Fass-Move probieren. Ich, ich, äh, find's gerade ein bisschen schade, dass ich nicht in der Lage bin, das Level neu zu starten, sonst würde ich das nochmal neu für euch aufnehmen. Das bedeutet, wenn hier wirklich so ein Missgeschick wie gerade passiert, dann bleibt das leider auch im Video drin. So, wie könnte ich die denn jetzt unter das Fachs locken? Das von hier aus zu pfeifen, bringt ja mal nix, oder? Was meint ihr? Tja. Muss doch nochmal irgendwie hier auf der Seite nach unten begeben. Wie mich diese Einblendung da oben wahnsinnig macht mit den hängenden Fässern, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob euch das eventuell auch schon mal so geht, dass ihr so ein, so ein Missionsziel habt, was sich einfach nicht erfüllen lassen will und man sich darüber ärgert, dass es die ganze Zeit da steht. So sind wir auf jeden Fall im Moment sehr lautlos unterwegs und können dann auch wirklich mal schleichend eventuell einen Part lösen. Also zumindest mal eine Minute lösen, ihr kennt das ja. So, hier im Regen zu schlafen, stelle ich mir jetzt auch nicht so angenehm vor. Okay, um den geheimen Eingang, der ist da hinten anscheinend, okay. Wir warten mal, bis der Kollege Totschläger da vorbeigegangen ist, oder? Was meint ihr? Oder wollen wir Streit anfangen? So, da geht er wieder weg. Da sind wir am geheimen Eingang angelangt. Tatsächlich. Und raten. Ist das der geheime Eingang? Scheint, oder? Meine Güte! Ähm... Hier sind aber wirklich viele Gegner. Können wir irgendwo über die Decke klettern? Das ist weit bis dahinten hin, oder? Das ist weit bis dahinten hin, oder? Über die Lampe? Über die Lampe? Ach, oder muss ich jetzt einfach mehrere Eingänge ausprobieren und mit ein bisschen Glück erwische ich den richtigen? Hä? Oh. Hup? Oh. 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 Gute Frage, nächste Frage. Weil das ist ja ein Eingang nach drinnen. Also müssen wir wohl in diesem Gebiet uns noch ein bisschen mehr umsehen. Ach, guck mal hier. Nein, Fässer. Äh, nee, ich will gar kein Raubraum mehr. Messer, Messer, Messer. Steht da einer drunter? Ja. Oh ja, bitte, 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 bitte. Nein! Ah, jetzt ist der weggegangen. Verdammt nochmal. Kann doch nur mir passieren, oder? Wo muss ich hin, meine lieben Assassinen-Kollege? Wo muss ich wohl hin? Da ist er ja. Ach, da. Der Eingang zu Brewsters Labor. Das hat aber auch jetzt lange gedauert, Herr Sirius, oder? Okay, finisher. Hm. Aktivieren. Und immer noch keine hängenden Fässer. Und weiter geht's. Oh, wir haben zwei Fähigkeitspunkte erhalten. Da kommt von alleine auch das Tutorial eingeblendet. Verdienen Sie Erfahrungspunkte, indem Sie Eigenschaften freischalten oder Massenereignisse, Erinnerungen und Aktivitäten abschließen. Pro tausend Erfahrungspunkte erhalten sowohl Jakob als auch Evie einen Fähigkeitspunkt, den Sie für neue Fähigkeiten ausgeben können. Erwerben Sie Fähigkeiten, um mit Jakob und Evie höhere Level zu erreichen und bessere Ausrüstung nutzen zu können. Ja, Logo. Wo man das jetzt eiert, kommt direkt. Evies Fähigkeiten. Die unterscheiden sich generell ein bisschen von Jacobs Fähigkeiten. Der ist ja ein bisschen brachialer unterwegs, während Sie eigentlich den schleichenderen Part übernehmen soll. Was wird uns jetzt hier direkt empfohlen? Oder habe ich das schon? Drücken Sie hier, um einen Auffälligen Modus von oben auf ein Ziel zu verüben. Schleichsteuerung. Das kann ich da eigentlich schon, oder nicht? Ach, das sind die Sachen, die ich so oder so schon kann, oder? Die hier so markiert sind. Man kann dann halt nur lesen, was da noch kommt. So, und was wäre das? Da kann ich zwei Gegner gleichzeitig mit töten. Das ist ja eigentlich so elementar, oder? Das machen wir auch. Das wird uns ja hier quasi auch vorgeschlagen, sozusagen. Diese Fähigkeit erwerben, ja, na, Logo. Kaufen, Doppelattentat erhalten. So, und dann, ähm... Wie viel Punkte hat das hier gekostet? Einen. Jetzt haben wir noch. Beute-Takedown. Damit würden wir automatisch plündern. Das wäre wesentlich einfacher. Aber hier sehen wir diese Kampf-Moves, die wir haben. Multi-Hinrichtung. Das habe ich, glaube ich, erst einmal gehabt. Gesundheitsboost. Das ist... Gesundheitsboost finde ich auch für den späteren Verlauf des Spiels auf jeden Fall immer gut. Unaufhaltsam. Schlechter. Wenn ihre Kombo 10 erreicht, bringt ihr nächster Angriff ihren Gegner an den Rand des Todes. Okay. Das haben wir noch. Ökosystem. Okay. Gegner markieren durch Wendel hindurch. Tja, was würdet ihr nehmen? Was würdet ihr nehmen? Ich setze jetzt mal relativ simpel und relativ einfach auf einen weiteren Gesundheitspunkt. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Das kann man halt generell immer gebrauchen. Das ist jetzt nichts, wo ich mich später ärgere und denke, oh Mann, da hast du jetzt eine Fähigkeit erworben, die du nicht haben wolltest. EP-Boost erwerben. Das wird eine interessante Sache sein, denn ich schätze, dass man per Mikrotransaktion auch Punkte kaufen kann. Ich habe aber jetzt ehrlich gesagt die Playstation vom Netz genommen. Deshalb werden wir das jetzt gerade mal nicht ausprobieren. So, da wird das Doppelattentat auch sofort angezeigt und zum Ausprobieren angeboten. Das kennt ihr ja sicherlich. Bisher war das immer einer der coolsten Moves, fand ich. Klinge nach rechts und links. Wer ist die denn hier? Schön, dass ich das direkt nicht gemacht habe. Fantastisch. Kann ich diese Situation bitte nochmal wiederholen? Oh! Ach, wie ärgerlich. Ich ärgere mich jetzt gerade. Jetzt habe ich das nicht gemacht. Das ist das, vielleicht, falls ihr die ersten beiden Videos doch nicht gesehen habt. Ich spiele normalerweise nicht mit dem Playstation-Pad. Das bedeutet, immer wenn eine Taste eingeblendet wird, wie das Quadrat, dann drücke ich doch häufig mal trotzdem noch die falsche Taste. Obwohl man es ja die ganze Zeit benutzt. Ja, sei es drum. Schlecht gelaufen. So, hätten wir jetzt automatisch Plünder genommen, müssten wir das jetzt nicht machen. Wäre auch nicht schlecht gewesen, oder? Sir David Brewster aufspüren. Sir, wissen Sie vielleicht, wo Sir David Brewster ist? Jetzt probieren wir das nochmal. Achtung, wir haben Chance auf ein Doppelattentat. Lass genau auf, seht hin und lernt vom Meister. Naja, okay, jetzt nicht vom Meister, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Mir fiel dazu gerade kein besserer Spruch ein und ich glaube, es passte ja doch irgendwie. So, haben wir das gemacht? Ein Doppelattentat ausgeführt. Also das sind die so 10, die sind echt schön beleuchtet, oder? Das muss ich sagen, das weiß ich immer sehr zu schätzen. Oh, auch wenn sie da gerade mit den Beinen so ein bisschen steppt. Das weiß ich immer sehr zu schätzen, wenn die Beleuchtung hübsch ist. Ich glaube, ich werde dann auch mal mit den nächsten Erfahrungsfunken generell ein bisschen aufleveln, dass sie unauffälliger agiert. Also vielleicht schaffe ich es ja dann doch mal hier und da eine Mission schleichend zu erledigen. Das würde mir persönlich sehr gut gefallen. Tja, bin ich nur auf dem richtigen Weg? Ich schätze mal schon. Ist das Video schon zu lang für euch? Sind 20 Minuten okay? Oder würdet ihr sagen, so 25 Minuten Parts? Das würde mir besser passen. Ich kann jetzt sagen, dass 25 Minuten Parts in etwa bei mir 4 bis 5 Gigabyte haben. Das heißt, das dauert dann einfach auch schon eine kleine Weile, bis das hochgeladen ist. Der Edensplitter. Verhören Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil sein. Sie haben mit Thorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort! Ein Attentat auf Sir Davis Brewster vor ihm. Das machen wir noch, oder? Ich wollte eigentlich gerade Tschüss sagen, aber das nehmen wir noch mit rein. Das will ich jetzt noch einfach so haben. Also wenn ich das sagen darf, das wäre eine ausgesprochen schlechte Idee. Kommen wir hin da rüber? Es ist doch das Apfel, nicht ihrer. Oder wollen wir das doch im nächsten Video erst machen. Wisst ihr was, meine lieben Gaming-Freunde? Ich überlege mir jetzt hier einen besonders schönen Kill für euch zu verüben. Den könnt ihr dann im nächsten Video sehen. Und wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar und einen Daumen hoch da lassen. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal werden wir Sequenz 2, ein einfacher Plan beenden. Bis dahin sage ich ganz einfach, haut rein!